Hallo Bengt. Hallo Alex. Der Gag war irgendwie vorher wesentlich besser. Du meinst, der Gag, den wir aufgenommen hatten, bevor wir festgestellt haben, dass du vergessen hast. Dass die Speicherkarte voll ist. Dass die Speicherkarte voll ist, ja. Ja, und ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich schon so räuspere. Ich habe da in der Tat etwas im Hals und das ist nicht etwa ein Frosch, sondern ein Produkttest, den der liebe Alex, du hättest dich mal rasieren können, darüber, Alex. Hier beim Mampf der Titanen, der ausnahmsweise nicht exotischen Editionen sozusagen, der Berlin Edition für uns ausgewählt hat. Er hätte schon in die Kamera, und zwar heißen die Dinger, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, Milka-Rätsel-Snacks mit Alpenmilchschokolade. Ein Produkt, was ja jetzt schon etwas länger auf dem Markt ist. Ein Produkt, was ihr sicherlich schon kennt. Ein Produkt, an dem man im Supermarkt seiner Wahl, sei es jetzt Rewe, sei es jetzt Edeka, sei es jetzt Lidl, gibt es die Dinger, glaube ich, nicht, im Aldi auch nicht, sicherlich schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen ist. Und wie in meinem Fall, ich hätte wahrscheinlich auch niemals zugegriffen. Aber dieser Mann hier, dieser kulinarische Kenner, dieser Experte von leckeren Leckereien, gibt es leckere Leckereien? Bestimmt. Hat mich davon überzeugt, dass wir jetzt einmal die Prezelsnacks mitnehmen. Und wir werden jetzt gleich mal einen Test. Ein wichtiger Punkt vorhin noch vorher, der leider aufgrund des, äh... Mieeeeh... Ja. Hey, ich bin Brezel-Kioma, der leider durch die Kamerakarte hier kaputt gegangen ist. Man hat, das Ding hat so eine Aufreißlasche, das heißt, es verletzt sich keiner, wenn er mit Scheren amtieren muss, wenn er das aufschneiden möchte. Möchtest du damit sagen, dass selbst Let's Player und Let's Play Zuschauer unter unserem lieben YouTube-Klick-Fee damit zurechtkommen würden? Absolut, das konnte man einfach so aufreißen. Wie gesagt, da war so ein kleines, äh, so ein kleines Einbruch-Projekt. Das kann ja jeder sagen. Ja, und die Leute hätten es auch gesehen, wenn die Karte nicht voll gewesen wäre. Und das will ich auch an diesem Punkt mal ganz kurz sagen. Das war eindeutig dann hier. Technischer Assistent. War deine Kamera. Ja, Alex. Deine Kamera. Ja. Ja, also, äh, sieht aus wie ein Brezel mit Schokolade überzogen. Ich hab's ja eben schon mal in die Kamera reiten. Äh, wird wahrscheinlich, oder definitiv, ich hab ja vorhin schon ein Brezel im Hals gehabt. Schmeckt auch definitiv wie ein Brezel mit Schokolade überzogen. Was ich dabei wirklich pervers finde, ist die Tatsache, dass das wirklich Salzbrezel sind. Also unter der Schokolade befindet sich auch noch Salz. Und das wurde einfach mit Schokolade mal zu. Äh, ihr mögt sagen, ja. Äh, passt ja, weil beispielsweise, ihr kennt das vielleicht, okay, Oma kauft sich eine Tüte Crunchchips, ist dann hier zu Hause am, äh, Crunchchips essen. Und kriegt Lust auf, äh, äh, Schokolade. Dann mache ich normalerweise folgendes, dann tauche ich die Crunchchips in mein Schokobrot. Aber, das ist natürlich ziemlich... natürlich. Jedenfalls, ähm, ist es aber natürlich ziemlich, ähm, ja, unständig. Deswegen finde ich es gut, wenn es das gleich von Berg her so was gibt. Okay. Also ich finde es, äh, ungewohnt, um nicht zu sagen, ähm, lecker. Ich jedenfalls finde das, ich finde das sehr schön. Ich mag es im Gegensatz zwischen Süß und Salz. Ich sehr gerne. Also es ist mal was anderes, aber, ja. Auf einer, äh, Schokoladenbrezelskala von 1 bis 10. Wobei, äh, eins weiß ich nicht ist und Gizmo klettert gerade unter das Bett. Und 10, äh, äh... Du willst noch eine? Ja. Man kann doch auch nicht aufhören, oder? Das ist furchtbar. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht wirklich gut, aber es ist auch nicht wirklich schlecht. Man möchte weiter essen, oder man muss weiter essen. Müssen wir rein, ne? 6 von 10 Punkten. Greif ruhig zu. So. Was hast du? Ich sage 8 von 10 Punkten. Aber, eines besser hast du noch nicht in deine Bewertung einspielen lassen. Es gibt die Möglichkeit, den Kram wieder zu verschließen. So bleiben sie knusperfrisch. Für den Fall, dass man jetzt nicht wie wir zwei verfressene Jungs ist, die da nochmal aufhören können. Und nicht nur das, zu jeder Packung gibt es diesen Eisbären. Das stimmt doch gar nicht. Okay, Oma gibt 8, ich gebe 6. Macht einen Durchschnitts 7 von 10 Punkten, kauft euch den Child. Und ich glaube, okay, Oma ist jetzt so deprimiert, der macht jetzt erstmal die Packung leer. Das war... Mampf... Mampf der Titan. Und dann schattet auch das nächste Mal wieder ein, wenn Alex und Benkt für euch exotische, nicht exotische... Ach, irgendeinen Lebensmittel-Scheiß testen. Macht's gut. Vor deine Kamera, Wolfgangs. Du musst es vergessen. Deine Kamera. Ich muss jetzt auch nicht machen, um mir aufs Mutten. Und jetzt auch nicht machen, um mir aufs Mutten.